Ich lerne Deutsch. Nummer 2370 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist nicht einfach. Ich bin im Homeoffice und die Kinder machen Hausaufgaben. Wir sitzen alle am Küchentisch. Es ist nicht einfach. Ich bin im Homeoffice und die Kinder machen Hausaufgaben. Wir sitzen alle am Küchentisch. Es ist nicht einfach. Ich arbeite hier gerne. Die Kollegen sind nett und die Arbeit ist abwechslungsreich. Ich arbeite hier gerne. Die Kollegen sind nett und die Arbeit ist abwechslungsreich. Ich habe für einen Tag ein Auto gemietet. Ich kann es mir nicht länger leisten. Ich habe für einen Tag ein Auto gemietet. Ich kann es mir nicht länger leisten. Deine Krawatte sitzt schief. Ich möchte, dass du ordentlich aussiehst. Deine Krawatte sitzt schief. Ich möchte, dass du ordentlich aussiehst. Ich wollte nur testen, ob du Angst vor mir hast. Ich wollte nur testen, ob du Angst vor mir hast. Mein Trainer meint, ich schaffe das noch nicht. Mein Trainer meint, ich schaffe das noch nicht. Da bin ich ganz anderer Ansicht. Mein Trainer meint, ich schaffe das noch nicht. Da bin ich ganz anderer Ansicht. Ich habe gerade mein Auto vollgetankt. Das Tanken kostet mehr als 100 Euro. Die Prüfungsergebnisse wurden gerade veröffentlicht. Die Prüfungsergebnisse wurden gerade veröffentlicht. Die Prüfungsergebnisse wurden gerade veröffentlicht. Haben wir alle bestanden? Ich bin gestürzt. Mein Fahrrad ist umgekippt. Mein Jurastudium ist abgeschlossen, und nächsten Monat arbeite ich für eine große amerikanische Firma. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Halt den Spiegel in der linken Hand und zupfe mit der Pipette ein Haar aus der Augenbraue. Halte den Spiegel in der linken Hand und zupfe mit der Pipette ein Haar aus der Augenbraue. Nimm eine Zitronenhälfte und halte sie vor dein rechtes Auge. Nimm eine Zitronenhälfte und halte sie vor dein rechtes Auge. Nimm eine Zitronenhälfte und halte sie vor dein rechtes Auge. Das Wasser kommt von links. Ich will es gar nicht sehen. Ich kümmere mich nicht um solche Dinge. Ich will es gar nicht sehen. Ich kümmere mich nicht um solche Dinge. Sandra hält eine Glaskugel in der linken Hand und blickt durch sie hindurch auf ein Tulpenfeld. Möchtest du auch Kokosmilch trinken? Du kannst meinen Strohhalm benutzen. Möchtest du auch Kokosmilch trinken? Möchtest du auch Kokosmilch trinken? Du kannst meinen Strohhalm benutzen. Ich bin endlich schwanger. Ich werde im Sommer mein erstes Kind zur Welt bringen. Ich bin endlich schwanger. Ich werde im Sommer mein erstes Kind zur Welt bringen. Bitte akzeptiere meine Entschuldigung. Ich werde es auch nie wieder tun. Bitte akzeptiere meine Entschuldigung. Ich werde es auch nie wieder tun. Ich bin Universitätsprofessor. In 30 Minuten beginnt meine Vorlesung. Ich bin Universitätsprofessor. In 30 Minuten beginnt meine Vorlesung. Es war neblig und der Abstieg vom Berg war steil und rutschig. Das alte Klavier steht seit vielen Jahren in unserem Wohnzimmer. Das alte Klavier steht seit vielen Jahren in unserem Wohnzimmer. Die ganze Familie spielt gerne Klavier. Das alte Klavier steht seit vielen Jahren in unserem Wohnzimmer. Die ganze Familie spielt gerne Klavier. Unsere Arbeit auf dem Bauernhof beginnt morgens um 5 Uhr und dauert bis spätabends. Gemeinsam sind wir unschlagbar. Wir haben immer gute Ideen, die wir auch umsetzen können. Gemeinsam sind wir unschlagbar. Wir haben immer gute Ideen, die wir auch umsetzen können. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Wir haben immer gute Ideen, die wir auch umsetzen können. Wir haben unsere Ideen, die wir auch umsetzen können. Wir haben die Ideen, die wir auch umsetzen können.